Oida, was geht ab Leute, Hunger? Heute reden wir über GoMap, weil GoMap ist zurück. Freut mich für alle, die in der Zwischenzeit keine Map hatten. Das betrifft mich natürlich nie, weil, das fragen ja auch sehr viele, ich benutze PokeMap Mug, das ist unsere Map, die funktioniert nur in München. Deswegen für alle, die fragen, entweder benutzt ihr GoMap oder ihr habt halt eine eigene oder eure Stadt, euer Gebiet hat eine eigene. Und GoMap war eine Zeit lang, jetzt sogar schon ziemlich lange weg, tot. Manche dachten, das kommt nie wieder, aber jetzt kam vor ein paar Tagen ein Statement vom GoMap-Typen direkt. Ich hatte ja vor, eigentlich ein Interview mit dem zu machen, ich habe den bisher immer noch nicht angeschrieben, aber er hat es echt vor, wäre echt interessant, aber er ist zurück, er meinte, aus gesundheitlichen Gründen war er so lange weg. Und deswegen lief die Map nicht und sowas, aber das stimmt natürlich nicht so. Es gibt viele Gründe, wieso die Map nicht läuft. Ich will gar nicht genau darauf angehen, weil ich kenne mich gar nicht so gut aus. Ich könnte ihm nur Sachen unterstellen, das will ich ihm natürlich nicht unterstellen. Wie gesagt, ein Interview wäre interessant, aber auf jeden Fall jetzt ist zurück, GoMap ist wieder am Start. Ihr könnt eure Gebiete wieder freischalten, beziehungsweise falls ihr es freigeschaltet habt oder bezahlt habt, dann wird es jetzt erst verarbeitet und demnächst habt ihr eine Map am Start. An sich ganz cool, weil ich bin ein großer Fan von Maps und der Maps hätte ich schon lange aufgehört, um genau zu sein November 2016. Da hat so angefangen, da ist Philipp aufgetaucht mit seiner Map, damals richtig überkast. Aber vor allem, klar, wir haben damals Scannertum gemacht, Gratini, Galaxo, Labkas. Aber am Anfang habe ich es hauptsächlich für Arenen benutzt, um überhaupt gelbe Arenen zu finden. Damals als das Arenasystem. Und dann bin ich auf die Suche nach Level 8, Level 9 gelbe Arenen gegangen. Überall in München habe ich da reingestellt, also hoch trainiert und reingestellt. Und dafür habe ich es eigentlich hauptsächlich benutzt. Und heutzutage benutzt man es halt hauptsächlich zum Raiden. Also das ist so der Nebeneffekt von Maps. Natürlich auch zum Fangen und Scannen und sowas. Auch wenn ich ehrlich bin, momentan nicht so ein großer Jäger bin. Gen 3 habe ich echt geschlafen. Viele Sachen nicht geholt. Keine Ahnung, Kamau, Karnevanya, dies, das. Also da habe ich echt nachgelassen. Reiz mich momentan nicht so. Da habe ich es verpasst, Gelaxo, die zwei waren halt schon leidend. Aber ansonsten, die Sachen, die kommen, momentan bin ich da nicht so am Ball. Aber es ist natürlich immer noch ein großes Thema. IV Maps, die Jagd auf die Hunderter. Kam auch letztens ein Video von Trainertipps. Das fand ich sehr interessant. Da hat er darüber geredet und wie Neintake dagegen vorgeht. Beziehungsweise gar nicht mehr dagegen vorgeht. Weil am Anfang des Spiels, da haben sie echt jede Scanner-Seite, jeden Scanner, jeden Radar gestoppt. Und jetzt schon lange nicht mehr. Kein Stress mehr wegen Neintake. Und hat er auch gesagt, dass das Problem eigentlich gar nicht ist, dass die Leute Maps nutzen. Sondern, dass die, die keine Maps nutzen, schlechter gebrochen haben. Kurz zusammengefasst. Er hat halt 20 Minuten drüber gelabert. Ne, bei Pakete geöffnet und so. Und momentan ist es halt noch vollkommen irrelevant, ob jemand bessere Pokémon hat oder nicht. Weil mit denen kann man eh nichts machen. Und erst später, wenn PvP kommt, 1 gegen 1, dann könnte das einen entscheidenden Faktor spielen. Und um das auszugleichen, da hat er echt einen interessanten Vorschlag gebracht. Das fand ich echt sehr, sehr gut. Und zwar will er EV einbringen. Eevee. Und zwar ist es Effort Value. Wo man seine eigenen Pokémon dann trainieren kann. Im Spiel läuft es ein bisschen anders ab. Aber Pokémon Go ist immer ein bisschen vereinfacht. Deswegen wäre das einfach EVs hoch trainieren. Man könnte dann, so wie bei Level. Es gibt ja zwischen Level 1 und 35 kann man alles fangen. Und dann die auf bestimmte Level hoch pushen. Und irgendwann ist halt 40 das maximale Level. Und genau dasselbe könnte man mit EVs machen. Und die dann hoch pushen auf 100. Dann wäre 40 bei Level das maximale und bei EVs 100. Und die könnte man, egal wie fangen, und dann hoch trainieren. Das gäbe dann Grund, zu spielen und die zu hoch zu pushen. Also das fände ich echt nicht schlecht. Man schmeißt dann seine 96 oder so nicht weg. Sondern trainiert die einfach. Investiert Zeit und Mühen und Ressourcen. So wie Sternstoff zum Beispiel oder Bonbons. Um die dann zu trainieren und dann auf 100 zu bekommen. Also man will die nicht nur auf Level 40 dann max pushen. Sondern auch die EVs auf max pushen. Das finde ich echt eine geile Idee. Zum Beispiel auch für Dorfspieler. Zum Beispiel bei Legendären. Bei Dorfspielern. Wenn sie Glück haben, haben sie dann einen Lugia gemacht oder so. Weil nie genug Leute zusammengekommen sind. Und dann haben die ein schlechtes Lugia. Und das war's. Und dadurch haben sie halt die Chance, ihr schlechtes Lugia auf max level zu pushen. Und auf max IV zu pushen. Und dann natürlich die Freaks. Die Süchtigen, die alles auf max pushen wollen. Die können dann halt mehr Zeit investieren und mehr Sachen auf 100%. Dann 40, 100% IV, max pushen. Wie sie wollen. Und für die Casuals, die pushen halt 1, 2 von ihren schlechten hoch. Finde ich echt eine perfekte Lösung. Weil das Problem ist echt nicht, dass jeder Hunderter sammelt. Und damals, ich sag ja immer, im November 2016, da hat sich das alles entschieden, dass wir angefangen haben, auf einmal 100% zu sammeln. Weil wir waren auf Tour, Trattini, Lapras, Bilaxo. Und das war halt irgendwann zu langweilig, weil zwischendurch kamen nicht genug. Und dann haben wir angefangen, die 100% mitzunehmen. Und am Anfang echt nur die Guten. Ich will mir da nicht selber auf die Schulter klopfen, aber ich bin schon einer, der das verbreitet hat mit den 100%-Warn. Weil am Anfang haben die Leute nicht jeden 100%-Warn gejagt. Da wurde sowas wie von Leo, Taubsee und sowas, da wurde ich echt ausgelacht, dass ich die auch gesammelt habe. Bis sich das irgendwann endlich etabliert hat, dass jeder 100%-Warn krass ist. Deswegen, das hat auch etwas mit dem 100%-Warn zu tun. Wie so ein Pinsel mein Lieblings-Pokémon ist. Aber mehr zu der Story dann irgendwann mal, hoffentlich. Auf jeden Fall hat sich das dann so etabliert. Und der 100%-Warn ist dann ausgebrochen. Aber sagen wir mal, wir hätten angefangen, 0%-Warn zu sammeln. Manchmal kriege ich ja Hate. Und 100%-Warn, blablabla, nur durch die Map, dies, das. Und ich glaube, den Hate, also ein paar Haten, echt, weil die komplett Anti-Map sind. Und ein paar Haten halt nur, weil sie gar keine Map haben. Und ich sag mal, neidisch auf die 100%-Warn sind. Und sagen wir, ich würde 0% sammeln. Der Hate wäre gewiss, beinahe bei 0. Weil ich kann mir echt nicht vorstellen, dass jemand dann mich hatet, weil ich so viele 0%-Pokémon habe. Weil keiner die haben will. Der Hate kommt davon, daher, dass die selber dieses 100%-Pokémon haben wollen. Klar, wieso nicht? Und im Gegensatz dazu hätten wir 0% gesammelt, zum Beispiel. Oder zum Beispiel Max und Birgit. Und noch ein paar andere, die sammeln Minis. Level 1 Pokémon. Juckt kein. Ich will die nicht haben. Ich habe sogar ein paar weggeschmissen. Aber die sammeln es. Und ich glaube, keiner von den Hatern würde sagen, ey, ihr scheiß Map-User, wieso benutzt ihr die Map, sammelt eure geilen Level 1-Pokémon oder so. Hört's auf damit. Es juckt kein. Dasselbe wäre, glaube ich, auch bei 0%. Die Tatsache ist halt nur, dass Leute, die 100% auch haben wollen. Aber nicht unbedingt halt eine Map haben oder eine Map nutzen wollen. Und deswegen finde ich den Vorschlag von Trainertipps nicht echt gut. Das löst echt viele Probleme. Auch das mit den Maps. Und die Maps können dann weiterlaufen für Raids und sowas. Für Areen. Also echt die perfekte Lösung. Und jetzt hätte ich eigentlich ein Video über dieses Thema machen sollen. Anstatt über GoMap. Aber ich habe jetzt das beide mal so vermischt. GoMap ist zurück. Nutzt die. Ich finde es nicht schlimm, Maps zu nutzen. Jeder kann fangen, was er will. Jeder kann das haben, was er will auf seinem Account. Mich juckt es nicht, was der andere da hat. Noch nicht. Erst wenn PvP kommt. Und wenn PvP kommt, hat Trainertipps die perfekte Lösung gefunden. Ich hoffe, Nantic hat sich das angeschaut. Weil ich finde die Idee so gut. Aber schreibt unten rein, in die Kommentare, ob ihr froh seid, dass GoMap wieder da ist. Habt ihr GoMap wieder in eurer Stadt? Oder habt ihr jetzt eine andere Map schon? Und schreibt rein, was ihr von EF aushaltet. Von dieser Idee von Nick. Trainertipps. Ich finde die echt, wie gesagt, genial. Das war's von mir. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Anweserb. Folgt mich auf Instagram, Facebook und Twitter. Check den Shop ab. Vergesst nicht. Fuck was ihr ist Business. Das war's.